Monta reagiert auf SternTV, sind Influencer Millionäre? Da bin ich jetzt richtig gespannt, weil... Also definitiv nicht alle Influencer, das verdient ja auch nicht jeder gleich. Und auch nicht jeder mit der gleichen Reichweite verdient so viel wie andere mit der gleichen Reichweite. Wow, das war ein richtig blunder Satz. Okay, perfekt. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal das Video von Monta und was er dazu sagt. Ich bin richtig gespannt. Vor allem kann ich mir vorstellen, dass Monta auf jeden Fall Millionär ist. Also, kann ich mir schon vorstellen. SternTV, auch dieses dicke Manni-Gerochen, Digga. Einfach so viel verdienen YouTuber, Streamer und Co. Einfach das Sub, Digga, aus dem Markt. Das Cap, das er anhatte, Digga. Das war doch... Ist das von KIZ? Nein. Nein, 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 nein. Ich kenne dieses Herz. Also von früher, von so noch so richtig... Also von... Das ist richtig alt. Wisst ihr, was ich meine? Bitte, ihr müsst mir kurz helfen. Dieses Herz. Ich muss das kurz... Ich muss kurz meiner besten Freundin schicken, weil das lässt mir sonst keine Ruhe. Von welcher Band oder... Was heißt Band? Von welchem Musiker? Keine Ahnung. Sänger? Keine Ahnung. Von wem ist dieses böse Herz? Ich weiß, das ist von früher, aber mir fällt einfach nicht mehr ein, von wem das ist. Okay, kurz FBI-Skills auspacken. Warte. Ja, aber von wem war das? Hieß das einfach böses Herz? Das war früher bei uns so richtig... Das war richtig cool. Ich glaube, ich hatte auch so einen Pulli oder so. King of... Swan, das kann sein. Also f*** die Ex und sowas. Was ist das denn? Ich dachte gerade... Ich dachte gerade, das ist Monte und das ist Wevi. Keine Ahnung, was da gerade in meinem Hirn abging. So viel verdienen YouTuber, Streamer und Co. Einfach das Subway, aus dem alten Video genommen, wo ich bei Stern TV war, Läger. Die kleinen Schlawiner. Dann wollen wir mal schauen, was die Streamer und YouTuber so verdienen. Die neuen Popstars. Schön und reich. So zu werden sie für viele Teenager... Schön und reich. ...ein Traum. Online haben sie Millionen Fans und Follower. Aber auch Millionen auf dem Konto. Der Markt ist nach oben eigentlich oft. Okay. Sie können durchaus 100.000 Euro im Monat verdienen, wenn sie entsprechend Reichweite aufgebaut sind. F***, jetzt bin ich übelst neidisch auf die Pizza. Millionen Abonnenten. Was heißt das für das Portemonnaie? Bei YouTube irgendwas zwischen 2.000 und 30.000 Euro pro Monat, also auch bis zu einer halben Million im Jahr sind auch möglich. Mit YouTube? Felix Beilharz ist Experte für Social Media. Hat er sich da gerade meinen Kanal angeguckt, der Schlingel? Kennen wir die nicht irgendwoher? Das war doch der, der auf die Frau... Das triggert mich übelst. ...beurteilt er, die jungen Dinger. Na, aus dem anderen Video, ja. Nur wenige Online-Stars sprechen konkret über das, was sie verdienen. Eine Ausnahme ist Montana Black. Man verdient wahrscheinlich als der Streamer in einem Monat mehr Geld als viele in ein oder zwei Jahren. Aber woher kommt das Geld? Und Hannah Black macht auf jeden Fall auch Einnahmen durch Werbung, bei Twitch, bei YouTube, durch die Werbeeinnahmen in den Videos, die da passieren und eben durch Kooperationen in verschiedener Art. Von der Größenordnung her kann man sagen, dass da auch wahrscheinlich ein guter sechsstelliger Betrag im Runde... Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Also, klar, wenn man Monte bucht, dann kann man da ordentlich Geld hinlegen. Okay, ordentlich. Aber ich glaube, dass Monte zum Beispiel auch null darauf angewiesen ist. Das juckt den gar nicht, wenn der keinen Bock auf dieses Produkt hat. Monte sowieso nicht. Aber grundsätzlich viele Influencer, die halt groß sind und streamen oder YouTube machen und sowas und wirklich gute Aufrufzahlen auch haben, die haben das null nötig, irgendwelche Kooperationen zu machen, weil die halt so schon genügend Geld verdienen. Wobei man auch wieder sagen muss, dass manche Menschen nie genug kriegen, ne? Wenn man da rumkommt, also jährlich auch auf jeden Fall im siebenstelligen Bereich, also um ein paar Millionen werden da schon fließen. Dem kann ich nur zustimmen. Was soll ich sagen? Brutto natürlich, ne? Steuern müssen ja natürlich noch bezahlt werden. Ich glaube, was der Social Media Experte, also vielleicht sagt er das auch noch, der entscheidende Faktor ist, machst du deine Deals selber, hast du Management hinter dir, wie aggressiv geht das Management auch die Kunden an. Ich kenne sehr viele Streamer, egal im englischsprachigen Bereich oder im deutschen Bereich, die zwar auch eine gewisse Reichweite haben, aber so gut wie keine Partner haben, weil sie halt einfach nicht das nötige Team hinter sich haben. Und ich meine nicht das Team, das jeden 0815-Deal ranholt, sondern auch Langzeitpartner. Was verdienen erfolgreiche Influencer wirklich? Zwei von ihnen verraten es uns. Ich bin Gustav Gabel, 33 Jahre alt, Content Creator und Influencer. Das ist der Bruder von Tim Gabel. Influencer vom Beruf. Hä, wer ist das? Also, dann möchte ich mich mal ganz kurz dagegen wehren. Für mich ist jemand Influencer vom Beruf, wenn er ausschließlich auf meiner Wahrnehmung so TikTok und Instagram macht. Influencer ist so ein beleidigender Begriff geworden für das, was wir eigentlich alle machen. Bin ich mit mir einverstanden. Also, ich nur für mich. Denk an, wenn ich Influencer höre, an so Schickimicki-Tussis. Ich bin kein Influencer, Digga. Ich bin Unterhalter. Content Creator. Na, Content Creator im Internet, finde ich. Ich habe zum Beispiel in meinem, in meiner Profil-Bio, keine Ahnung, auf Instagram, habe ich Video Creator drin stehen. Ich mag das zum Beispiel auch nicht, Influencer genannt zu werden, weil ich mir denke, nee, ich mache nicht nur Instagram und poste ein paar Bilder oder mache ein paar Storys, sondern ich streame, ich mache YouTube. TikTok mache ich ja eh sowieso nicht. Auf TikTok kommt allerhöchstens mal was, wenn ich ein Reel auf Instagram hochlade und dann denke ich mir, naja, dann kann ich das da auch hochladen. Das war es dann aber auch. Influencer ist so ein Missbrauch. Also, in diesem Board ist so viel Ekliges drin, Digga. Weißt du, wie ich meine? So kennen ihn seine Follower. Digga, was soll ich denn machen? Das ist kein Rage. Ich muss einfach mal bis Luft lassen. Tausende Fans sind live dabei, wenn Gustav Gabel online ist. Seine Videos werden monatlich bis zu eine Million Mal geklickt. Oha. Hallo und herzlich willkommen. Kommt rein. Und hier ist er zu Hause. Äh, noch nie was von denen gehört. Und diese Frage beschäftigt mich sehr. Wie viel bezahlt er beim Friseur? Zweitens. Welche Champi-Bohnen ist da? Das hier ist meine Küche. Das ist mein Wohnzimmer. Ich habe legit halt gerade, als er es gesagt hat und als man nur Monty gesehen hat, ich dachte ich mir so, hä, was hat der für eine Friseur? Also, weil ich es einfach überhaupt nicht wahrgenommen habe. Und das hier ist meine wichtigste Auszeichnung. Die ersten 100.000 Abonnenten auf YouTube. Oh Gott. Da arbeite ich auch seit Jahren hin. Und ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Das fack mich so ab. Opfer einfach. Ich mache YouTube-Videos, in denen ich vor allen Dingen das Ganze unterhaltend lustig schneide. Ich möchte den Leuten ein Lächeln abgewinnen. Und dabei spiele ich Spiele. Und reagiere explizit sehr emotional auf Sachen, die im Spiel passieren. Oh! Ein Großteil seines Lebens hat er hier verbracht. Ich sage jetzt einfach mal so aus wie 50.000 Stunden. Wahrscheinlich. Bescheuert natürlich, aber ich liebe das. Oft spielt der 33-jährige Warzone. Ein Spiel, bei dem er seine Gegner erschießen muss. Ein sogenannter Ego-Shooter. Och, Stern-TV, das könnt ihr besser. Bei dem man die Gegner erschießen muss. Bruder, komm. Ein Computerspiel, das viele kritisch sehen. Och, nö. Ich mache das für ein Video gleich aus. Ich bin an der Präzision interessiert. Mir ist es nicht wichtig, was ich da, also was repräsentiert ist, was ich da gerade tue. Weil ich niemals auf einen Menschen zielen könnte. Och, nö. Was für eine ausgenutzte Scheiße da besprochen wird, Junge. Aber es ist dieser Sport von Genauigkeit, von Taktik. Das macht einfach Spaß. Dieser Spaß aber ist für Gustav Gabel auch disziplinierte Arbeit, die an die Substanz gehen kann. Ich stehe grundsätzlich um... Das Ding ist, guck mal, die sagen das in solchen Zusammenhängen, wenn die das sagen, okay, da spielt ein Spiel, wo viele, viele Leute zu Hause sitzen und sich denken, hä, das zocke ich jeden Abend, was labert der mit? Das kann Stress sein und geht an die Substanz und sowas. Und dann sagen die sowas wie, bei den Menschen bleibt es dann hängen als, mhm, okay, Streamer, die haben ja so ein hartes Leben, weil die zocken Warzone oder spielen irgendwas. Und das ist ja so anstrengend und geht an die Substanzen. Aber das ist nicht der Punkt, okay. Es geht nicht darum, also dieser Zusammenhang einfach... Das einfach so in Zusammenhang zu bringen, ist einfach Bullshit. Das ist einfach nur Bullshit. Weil es einfach darum geht, wie zum Beispiel bei mir jetzt. Real Talk, es ist sau anstrengend zu streamen jeden Tag, wenn der Chat so ist. Und so gefühlt meine eigene Freundin so die Einzige ist, die hier was reinschreibt. Gefühlt gerade. Okay, es haben auch noch andere Leute was reingeschrieben. Aber so das letzte Mal vor, keine Ahnung, 20 Minuten. Und wenn du dann hier sitzt, okay, und du weißt, Leute sitzen gerade da und schauen dir zu. Und du musst die aber die ganze Zeit unterhalten. Und du musst die ganze Zeit irgendwie gucken, dass es nicht langweilig wird. Dass du dir nicht in der Nase popelst. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist stressig. Dieser ganze Anfang, dieses trotzdem jeden Tag das zu machen. Ja, das einfach durchzuziehen, obwohl es halt am Anfang einfach noch nicht so viel Spaß macht. Weil einfach noch nicht so viel Interaktion stattfindet. Und das ist halt einfach anstrengend dann. Ich verstehe nicht, wieso hier so wenig Leute sind. Du hast doch schon eine gewisse Reichweite auf Instagram zum Beispiel. Ja, das Ding ist, guckt mal, stellt euch mal vor, ich hätte gar keine Reichweite. Ein Freund von mir, der wollte mit Twitch anfangen. Der hat einfach wirklich tagelang, wochenlang versucht und hat es nicht mehr zum Affiliate geschafft. Einfach, weil keine Leute in den Stream angeguckt haben. Also das, was ich jetzt hier an diesen Followern habe und die Leute, die jetzt zuschauen, ist schon, weil ich Reichweite habe. Aber es ist halt, es ist voll schwer. Und zwar auf jeder Plattform ist es extrem schwer. Die Leute von der einen Plattform zur anderen Plattform zu kriegen. Okay, es sei denn, du bist ein Monte oder irgendein anderer großer Streamer. Okay, dann ist es nochmal was anderes. Aber die haben halt einfach ein Ding, womit die halt groß geworden sind und was die gut gemacht haben. Das haben die halt durchgezogen. Und deswegen sind so alle anderen Plattformen mitgewachsen. Das ist halt dann, wenn man so eine Marke um seine Persönlichkeit aufbaut. Aber so weit bin ich ja noch lange nicht. Also noch lange, lange, lange nicht. Und deswegen ist es halt so, dass es am Anfang einfach noch schwerer ist. Da muss man dann einfach weiterhin durchziehen, weil von nichts kommt nichts. Und jeder hat mal klein angefangen. Das Problem ist, dass die meisten Leute halt aber dann aufhören, weil sie sagen, das macht keinen Spaß. Und da schreibt keiner und keine Ahnung was. Also ich sage das nur, ich spreche das nur an, weil ich euch animieren will. Dass ihr wisst, ich freue mich voll, wenn ihr was in den Chat schreibt und dass ich mit euch interagieren kann. Weil dieses Live-Sein ist ja, das Geile daran ist ja, dass ich direkt mit euch schreiben kann. Okay, dass ich schreiben kann. Dass ihr was schreiben könnt und ich euch direkt antworten kann. Weil ansonsten drehe ich ja meine YouTube-Videos, die ich halt dann einfach im Nachhinein cutte und hochlade. Aber so ist es halt irgendwie persönlicher, finde ich. Nochmal. Wir gucken jetzt das Video weit, okay? Ich höre um 9 bis 10 Uhr auf und dann frühstrecke ich, trinke meinen Kaffee, zwei Kaffee. Und dann ab 10 Uhr gehe ich hier hoch, mache erst ein Video und ab 14 Uhr streame ich 8 Stunden ungefähr. Wenn ich einen 12-Stunden-Stream mache, dann bin ich danach klinisch tot im Kopf quasi. Das ist halt so ein Thema, wo sich alle drüber streiten. Ist das harte Arbeit, was wir da machen? Das Ding ist, jetzt habe ich gerade übelst lang gelabert und jetzt kommt der Talk von den anderen her. Ach nein. Muss er 12 Stunden streamen? Nein. Sollte er sich danach beschweren, dass er so klinisch K.O. ist, kann er machen, ja. Aber es ist keine harte Arbeit. Bei weitem nicht. Du kannst deinen Kopf nicht freimachen. Du bist mit dem Kopf sehr viel dabei. Und ohne Gustav Gabel jetzt zu kritisieren, wahrscheinlich muss er halt auch so viel streamen, weil er halt ansonsten nicht das Geld auf den Konto hat. Ich verfolge ihn nicht. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer er hat, wie viele Subs er hat, das weiß ich nicht. Aber rein theoretisch gesehen, und das ist dann interessant auch zu wissen, du musst ja nicht von um 14 Uhr bis um 0 Uhr nachts streamen, Ligger. Bruder, ich disrespekte ihn auf gar keine Art und Weise. Die Aussage, die da bloß getätigt wird, ist schwierig. Ich finde, es hört sich so ein bisschen so negativ an. Ich stehe um 10 Uhr auf, dann trinke einen Kaffee, dann um 14 Uhr und dann streamen ich 10, 12 Stunden. Das hört sich so an, als wenn das, was er da macht, in irgendeiner Art und Weise negativ ist. Dabei ist vom ersten Satz bis zum letzten Satz alles Luxus. Um nach der Arbeit zu entspannen, setzt er sich vor den Computer. Das mach ich auch. Zwei Stunden irgendein YouTube-Video gucken und irgendwas Sinnloses machen. Zwei Tage die Woche... Ich gucke Netflix dann. Fehlt er meistens nicht. Diese Pausen einzulegen, das musste er aber erst lernen. Über zwei Jahre ist es her, als ihm sein Erfolg, das ewige Online-Sein, zum Verhängnis wurde. Depression, Burnout, also ich war ausgebrannt, kurz gesagt. Ich hatte nichts mehr in mir, ich war unfassbar unzufrieden. Im Fokus seiner Fangemeinde. Und die will... Ich habe ja das Rauchen aufgehört, gell? Und ich sage es euch ganz ehrlich. Und jedes Mal, wenn ich ein Video von Monte angucke, dann denke ich mir so, boah, ist das geil. Einfach so diese... Weil man mal süchtig war und aufgehört hat. Und ich weiß nicht, ob das jemals weggehen wird, ne? Ich wünschte einfach, ich hätte niemals in meinem ganzen Leben das Rauchen angefangen. Das wäre so geil. Weil ich hätte am liebsten dieses Gefühl, dass ich so was sehe und mir denke, so, boah, es ist ekelhaft. Das wäre das Geilste. Gustav Gabelsee. Je mehr, desto besser. Heute aber schafft es der Influencer, seine Arbeit zu dosieren. Manchmal macht er jetzt einfach Schluss. Das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, zu behaupten oder sagen zu können, ein Burnout oder ein Nervenzusammenbruch oder das jetzt auf den Job allgemein zu beziehen, ist relativ schwierig. Das kann ja wahrscheinlich auch in jedem anderen Job passieren. Aber da kann ich ihn schon verstehen. Dieser Erfolgsdruck bzw. dieses dauerhafte Präsent-Online-Sein und sich auch wirklich mal keine Pausen zu genehmigen. Streamen ist kein anstrengender Beruf, dass du körperlich ausgelastet bist, dass du am nächsten Tag irgendwie Muskelkater hast, weil du so schwer gehoben hast oder 10 Stunden auf dem Bau warst. Das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Aber es ist schon wichtig, sein Freigeist, seinen künstlerischen Kopf und jeder, der streamt und Leute unterhält, ist in einer gewissen Art und Weise ein Künstler. Es ist schon wichtig und richtig, diesem Kopf auch eine gewisse kreative Auszeit zu genehmigen. Und wenn du jeden Tag 10 Stunden live bist, dann schafft es dein Kopf einfach nicht, auch sich mal zu regenerieren. Das brauchst du in jedem Berufsfeld. Nicht nur als Streamer, das brauchst du in jedem Berufsfeld. Ich zocke eben nicht nur, sondern ich unterhalte. Das ist ein Riesen... Das Ding ist, und das ist so momentan mein Riesenproblem, okay, weil, guck mal die, ich sag jetzt die, weil Monte und Zoom-Inglaublicher, ich hab seinen Namen vergessen, sind einfach nur Streamer, okay? Ich glaub, er lädt dann auch noch was auf YouTube hoch. Ich glaub, Monte hat jemanden, der was für ihn auf YouTube hochlädt. Ich glaub, der macht dann nix selber. Weiß ich aber nicht, okay, ich hab keine Ahnung, ob der das am Anfang selber gemacht hat oder nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Die sind halt so auf eine Sache spezialisiert. Wisst ihr, was ich meine? Und dann machen die diese eine Sache halt zu 300%. Und ich kann das irgendwie nicht. Ich denk mir so, ja, ich kann jetzt aber nicht einfach aufhören, hier daily auf Instagram zu posten und hier meine Storys zu machen. Gleichzeitig will ich jetzt aber auch jeden Tag streamen und diesen Zweitkanal haben, wo jeden Tag ein Video kommt. Und gleichzeitig will ich aber neben meinem Zweitkanal dann aber auch noch meinen Hauptkanal haben mit zwei Videos pro Woche. Also wisst ihr, das ist so noch ein bisschen schwer. Das ist ein Unterschied. Das könnte jeder mal gerne probieren. Setz dich einfach an den PC und rede acht Stunden in deine Kamera rein. Aber in dem Moment, wo du redest, unterhältst und versuchst emotional, dich nahbar zu machen, das ist anstrengend. Ist so. In der britischen Metropole lebt und arbeitet ein anderer deutscher Influencer. Wer ist das denn, Digga? Hallo SternTV Publikum, mein Name ist Niklas Steenfahrt. Ich bin Softwareentwickler bei Facebook und seit letztem Jahr selbstständiger Content Creator. Noch nie gesehen, noch nie gehört, Digga. Facebook, Omega Lul. Der Hamburger produziert Videos für YouTube. Omega Lul, sagt er einfach. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Dieser Kanal ist genau der richtige für dich, wenn du irgendeine Karriere im Informatikbereich anstrebst. Niklas Steenfahrt hat eine beeindruckende Geschichte. Abi mit 17 Jahren, Studium in Hamburg, Cambridge, Paris. Jetzt mit 27 lebt und arbeitet er in dieser Wohnung in Leibmann. Und davon erzählt er seit einem Jahr bei YouTube. Wenn ich so einen Fokusblock mache, dann muss das nicht... Hat mich gerade eine Mücke gestachelt. Ich glaube, ich bin ein Alper. Das kann auch heißen, dass ich zum Beispiel... Ah! Was soll denn jetzt der Scheiß? Für den gehört, macht aber einen sympathischen Eindruck. Hört sich ein bisschen an wie Kai Pflaume, oder? Der digitalen Arbeitswelt. 130.000 Abonnenten hat er schon. Und damit verdient er gutes Geld. Neben seinem... Hm, was hat er damit verdient? Ich wollte gerade so... ...19.000 Euro. Oha, krass. Facebook, Digga. Wenig verbotene Inhalte gepostet werden. Oh. Oh, okay. Mein Respekt zu ihm steigt gerade ins Unermessliche, Digga. Kein Job, dem ich irgendjemand wünschen würde, Digga. Und wie das funktioniert, was man da für Buttons hat, wo man klicken kann, dass man Sachen melden kann, wie... dann angeben muss für Daten. Das ist mein Team, das sich darum kümmert. But do you think it's gonna be possible, oder? Wie und... Ah! Geil! Danke, also erstmal danke für den Sub. Okay, das war aber jetzt kein... Das war jetzt nicht so ein... Hey, abonnier mal. Ich dachte, weil da... Und wie findet ihr meinen Sub-Emote? Du bist der allererste, der meinen ersten Sub-Emote reingeschickt hat. Wie finden wir den? Und ich hab auch schon einen zweiten erstellt heute. Der wird noch freigegeben. Das ist auch so ein hässliches Gesicht von mir. Aber ich grinse dabei, okay? Er für Facebook arbeitet, entscheidet er selbst. Hauptsache, die Arbeit wird erledigt. Dafür bekommt Steenfat viel Geld. Ja, genau der! Er hat sich in seiner Vertragsunterschrift an. Uh! Ja, bei Facebook illegale Inhalte und Videos zu kontrollieren, ob sie gegen die Nutzerrichtlinien verstoßen oder nicht. Digga, das Internet ist so voller ekliger Sachen, Digga. Ich bin gestern Abend gerade wieder in die TikTok-Falle. Ich als 33-Jähriger reingestolpert, Digga. Der Cash-Bonus, den man sofort ausgezahlt kriegt, sind 24.000 Pfund bei mir gewesen. Er programmiert alles. Dankeschön! Freut mich, dass ihr meine Sub-Evotes mögt. Ohne Inhalte und kontrolliert nicht die Inhalte. Achso, gut. Erfolgreicher Programmierer und Influencer zu sein, das lohnt sich. Ungefähr 19.000 Euro brutto pro Monat. Hat irgendjemand gerade, ich nicht, Digga, hat irgendjemand gerade über Facebook gelacht? Facebook bester Laden-Chat, oder? Also ich sehe da schon ein oder andere Bewerbung Richtung Facebook flattern gerade. Und bei YouTube ungefähr 5.000 Euro pro Monat. Hey, ich check's irgendwie nicht so ganz. Was macht ihr auf Facebook? Jetzt war ich so abgelenkt von dem Sub, dass ich nicht so richtig zugehört hab. Wieso verdient ihr bei Facebook 19.000 Euro? Das sind die Fahrradfahrer, Digga, die mir, wenn ich mit der S-Klasse oder mit dem Lambo auf der Street rumfahre, sagen, ey, der Motor ist so laut. Ey, Gustav, was haben die zu dir gesagt? Fahr mal wie ein Dulli auf der Straße am Wasserlängs, Digga. Zurück bei dem Online-Gamer Gustav Vatel in Halle an der Saale. Die Musik dazu auch noch, Bruder, Beste, Mann. Feierabend. Trotzdem noch schnell ein Foto für seine Follower. Der 33-Jährige... Mann, wie die das darstellen. Sehr gut von seinem Fulltime-Job als Influencer. Ein großer Discounter gibt ihm Geld, unter anderem dafür, dass das Logo der Firma zu sehen ist, wenn er spielt. Ewig hab ich gar nichts damit verdient. Und dann irgendwann plötzlich kamen große Aufträge rein. Irgendwann hab ich verstanden, dass ich das einfach wert bin. Sondern, dass Leute in mich investieren, weil... Also das Video geht noch 23 Sekunden. Die einzigen Einnahmen, die ich bis jetzt da gehört hab, sind meine und die von den Kollegen aus Amerika. Ansonsten... Digga, hä? Und ich habe das Gefühl, dass ich genug Arbeit reinstecke, dass ich das auch einfach verdient habe. Aus England, London. Ja, England, London ist doch das Gleiche, Digga. Hab ich Amerika gesagt? Ich hab doch nicht Amerika gesagt. Hab ich Amerika... Ja, ich hab selber grad nicht aufgemacht. Ich hab gesagt, oh Mann, Alter, ich bin fortgeschritten. Ich war als Heimer, Digga, bin halt so rein. Ja, in England, London, weiß ich. Und was er extra als erfolgreicher Influencer verdient? Das möchte er nicht sagen. Das verrät er uns als einer der wenigen aus der Branche. Oh, okay. Die machen richtig, die machen richtig auf die allerletzte Sekunde. Ich verdiene etwa 20.000 Euro im Monat. Ich bin damit mehr als zufrieden. Also sagen wir, rausbekommt er ungefähr 10.000, 11.000. Ich rechne immer 50%. Man gibt da ungefähr 50% ab. Was übrigens geisteskrank ist. Ja, entspannt. Ich hoffe, der legt sich viel zur Seite. Von dem Geld. Geld. Okay, sagt Monta noch irgendwas? Respekt, dass du das gesagt hast. Ich denke mal, Bruto. Das wurde jetzt nicht. Ich denke mal, Bruto. Eigentlich ein ganz gutes Video, Digga. Gefühlt 10 Sekunden Monta gezeigt, aber es hat mir in dem... Mal sehen, was Social-Media-Experte Prof. Dr. Dr. Mastin Elster sozusagen hat. Wer ist denn das? Feiere ich und fühle ich, Digga. Montana Schmleck spricht oft aka, ich verdiene mehr als andere in zwei Jahren. Und wie immer spricht keiner wirklich darüber, wie viel er verdient, aber man sieht ja, sieht es ja, wie das Leben, wie die leben und wie viel die Zerker verdienen. Ich glaube, ich war einer der wenigen, der als erstes seine YouTube-Einnahmen gezeigt hat, geleakt hat in Anführungszeichen. Und mit gewissen Vertragspartnern darfst du halt auch einfach nicht deinen Verdienst nennen. Ich würde euch gerne sagen, was ich auf Twitch verdiene. Ich würde euch gerne sagen, was ich mit meinem Partner Game as Only mache. Aber vertraglich bin ich dazu verpflichtet, meine Fresse zu halten. Und deswegen halte ich mir meine Fresse, Digga.